Diesmal wird es richtig spannend. Bei der Abstimmung für das Tier des Monats treten nämlich die Hammerhaie gegen die schwarzspitzen Riffhaie an. Beide Haiarten zählen definitiv zu den Highlights bei uns im Haus. Unsere Spatenkopfhammerhaie leben im zehnten Stock und die schwarzspitzen Riffhaie kannst du sowohl im Puppibecken als auch im 360 Grad Haibecken beobachten. Wer soll das Tier des Monats werden? Schreib es uns in die Kommentare.